Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Und ich bin gerade mitten im Umbau, dementsprechend hört ihr es leicht hallen. Ich hoffe es ist für euch in Ordnung. Wir werden aber glaube ich trotzdem ganz gut durchkommen und uns mal anschauen, was es mit dem legendären BRC20 Standard auf sich hat. Ja mittlerweile gibt es nicht nur ERC20, sondern selbst Bitcoin hat jetzt nachgezogen und der BRC20, der Standard ist gerade in aller Munde. Wir werden uns mal anschauen, was es damit auf sich hat, gucken uns mal an, welche Token es da bereits gibt und sprechen auch mal darüber, inwieweit das ganze Potenzial hat. Außerdem schauen wir uns einige Neuigkeiten zu Ripple an, die expandieren zum Beispiel in den Nahen Osten. Außerdem gibt es ein paar neue Zahlen zum Gerichtsprozess und den Kosten, die damit verbunden sind. Und es gibt mal wieder ein Gerücht mit einem Datum, wann das Ganze enden soll. Werden wir uns auch kurz anschauen. Ansonsten würde ich sagen, los geht's wie immer nach dem Intro. Ja Freunde, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Bitcoin gerade soeben die 28.000 Dollar Marke zurückerobert. Ist ja schon ein kleines Highlight, wenn wir mal die letzten Tage zurückblicken. Es ist wirklich sehr langweilig geworden im Cryptospace. Kaum Bewegung, wenn überhaupt, denn leider nur in die falsche Richtung. XRP ist somit jetzt schon unter die 45 Cent auf 43 Cent gesunken. Und es geht glaube ich fast jedem der Altcoins so, bis auf wenige Ausnahmen. Die Ausnahmen gucken wir uns mal eben an. Dazu zählt natürlich Pepe, der trotz seines enormen Rückgangs, ja die letzten Tage wurde ordentlich abverkauft, immer noch bei 2.000 Punkten, nenne ich es jetzt einfach mal, steht. Und immer noch die Liste anführt mit immerhin noch über 125% Rendite. Auf Platz 2 Bitcoin Satoshi Vision von den Toten auferstanden. Der Bitcoin von Craig Fake Toshi Wright. Naja, ob er wirklich nochmal relevant wird, wird sich zeigen. Aber ansonsten haben wir noch Floki Inu dabei. Und ihr seht schon, ansonsten hat sich es relativ, oder gestaltet sich das Ganze momentan relativ mau. Von daher großen Respekt an dich, dass du weiterhin on the line bleiben willst, weiterhin die neuesten News haben willst. Und trotz der Dürre, die wir gerade im Markt erleben, weiterhin motiviert bist und dir Crypto-Content gibst. Glaubt mir Freunde, manchmal ist es wirklich schwierig, wenn der Markt so wie jetzt so seitwärts läuft. Und wir weder in die eine noch in die andere Richtung so wirklich wissen, wo lang es jetzt geht. Trotzdem kann ich euch aus Erfahrung sagen, das sind gerade die Zeiten, in denen man hervorragend akkumulieren kann. Und vor allem, in denen man auch Technicals verstehen kann und mit besserem Verständnis für den Markt auch bessere Entscheidungen treffen kann. Also seid ihr genau auf dem richtigen Weg, wenn ihr in dieser Dürre-Phase, wo andere gerade komplett den Abstand suchen und erst dann wieder kommen, wenn neue All-Time-Heis gesetzt werden, so ungefähr. Wenn ihr hier einfach weiter am Beil bleibt und euch einfach mal mit Themen beschäftigt, die wirklich langfristig interessant sind. Ich glaube, auf dem Kanal hier seid ihr richtig. Falls ihr also noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls ihr heute einen Mehrwert habt und nur dann, würde ich euch auch um ein Like bitten. Ansonsten gucken wir uns mal an, was wir noch so für Neuigkeiten haben für all diejenigen unter euch, die es mit Gala oder Gala-Games halten. Dort gibt es jetzt ein elementares Upgrade und ihr solltet jetzt ganz genau zuhören, denn das, was da jetzt kommt, ist ziemlich heftig. Und zwar folgendes. Gala muss seinen Vertrag upgraden. Also der Contract, der Token-Contract wird abgegradet. Das bedeutet, ihr bekommt bald neue Gala-Token und die alten, haltet euch fest, werden wertlos. Das heißt, die neuen Gala-Token bekommt ihr vollautomatisch, die alten werden wertlos und für euch ändert sich erstmal gar nichts, bis auf die Tatsache, dass eben der Vertrag ausgetauscht und abgegradet wurde. Aber, da ich weiß, dass viele von euch ihre Gala nicht auf dem Ledger halten oder nicht auf Metamask halten, sondern, dass die meisten von euch wahrscheinlich auf irgendeiner Börse ihre Gala rumliegen haben oder vielleicht nicht die meisten, aber einige von euch, möchte ich euch kurz zeigen, dass Gala hier nochmal explizit darauf hinweist, dass es nicht empfehlenswert ist, die Coins auf der Börse liegen zu lassen und wenn, dann unbedingt darauf zu achten ist, dass es eben keine der Börsen ist, die hier nicht aufgeführt ist. Also ihr müsst schauen, ob eure Börse hier aufgeführt ist, dann sollte alles gut sein. Falls sie hier nicht aufgeführt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die diese Umstellung nicht mitmachen. Das heißt, im schlimmsten Fall sind eure alten Gala-Token bald wertlos und neue habt ihr gar nicht bekommen. Also, schaut euch mal die Liste hier an. Unter anderem dabei ist Binance, Bingax, Bitfinex, Bitharm, Bittrue, Bitstamp, Bitwavo, Bybit und so weiter. Ihr könnt es ja hier sehen. Also eigentlich all das, was ihr hier auf dem Kanal von mir kennt, die unterstützen das Ganze. Trotzdem solltet ihr schauen, dass eben auch eure Börse dabei ist. Und ansonsten, ich mache es persönlich so, ich lasse meine einfach auf dem Ledger. Da liegen sie seit Ewigkeit und sind sowieso schon eingestaubt. Die werden da auch weiter eingestaubt bleiben und ich werde die nicht weiter anrühren, aber dann sollte das Ganze einfach funktionieren. Schiebt sie einfach auf ein Cold Wallet, auf ein Hardware Wallet, sowas wie ein Ledger oder Descent oder sowas in der Art, damit ihr einfach auf Nummer sicher geht. Denn wenn ihr die Private Keys habt, partizipiert ihr daran. Während wenn die Börsen ihn haben, entscheiden die halt, ob sie daran partizipieren wollen oder nicht. Beziehungsweise mitmachen tun die bestimmt. Nur die Frage ist, geben sie es dann auch an ihre Kunden weiter. Und das ist dann eben abhängig davon, ob die mitmachen oder nicht. Happy Bitcoin Miners. Ja, die Bitcoin Miner, für die ist dieses Jahr bisher ziemlich gut. Wir merken, dass eben immer mehr Use Cases dazukommen. Und mit dem neuen Use Case, über den wir gleich sprechen werden, nämlich den BRC20 Standard, gibt es jetzt auch deutlich mehr Einnahmen für die Miner. So wurden an einem einzigen Tag 17,7 Millionen US-Dollar durch Transaktionsgebühren verdient. Das ist auf jeden Fall meine krasse Ansage und ich glaube auch rekordverdächtig. Und die Frage der Fragen, die sich jetzt viele von euch stellen, weil ihr vielleicht irgendwo mal quer davon gehört habt oder quer gelesen habt, was hat es mit diesen BRC20 Tokens auf sich? Was ist das denn jetzt schon wieder? Irgendwie kommt ihr gefühlt jeden Monat irgendein neuer Begriff, den man dann erstmal wieder verstehen muss. Ich werde euch heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und wir gehen am besten mal den Artikel hier durch, beziehungsweise den Teil, den ich hier rausgesucht habe. Und zwar, die Einführung des BRC20 Token Standards wurde am 8. März von einem Twitter-Nutzer namens Tomo Tata initiiert, der den Anfang dieser ganzen Sache schuf. Die bahnbrechende Entwicklung, die über das Bitcoin-Protokoll in Gang gesetzt wurde, schlug Wellen in der Krypto-Community und wirkte sich auf den Wert von Bitcoin aus, dass der im ersten Quartal 2023 einen sprunghaften Anstieg erlebte. Mit der Einführung des neuen Bitcoin-Ordinal-Protokolls oder Ordinals-Protokolls konnten Nutzer zum ersten Mal in der Geschichte der Währung Bitcoin NFTs erstellen, indem sie Daten in einen Satoshi eintrugen. Diese bahnbrechende Kreation brachte Non-Fungible Token in das Bitcoin-Ökosystem und schuf eine neue Ebene der Komplexität für das Netzwerk. Also wir haben jetzt neben der Wertspeicherfunktion eine weitere Möglichkeit, Bitcoin tagtäglich zu nutzen und eben mit diesem Standard. Dementsprechend sehr, sehr interessant, weil es einen neuen Use Case bringt für die Nutzer, dadurch auch vielleicht mehr Leute, die sich dafür interessieren, mit Bitcoin zu arbeiten und gleichzeitig bringt es natürlich den Minern deutlich mehr Profit, weil die in Zukunft auch an diesen Transaktionsgewinn mitverdienen. Wir alle kennen den ERC20-Token, der auf Ethereum basiert. Nun, BRC20 ist ein experimenteller Tokenstandard, der sich an ERC20 von Ethereum orientiert. Mit BRC20 können Entwickler auf einfache Weise Fungible Token über die sogenannte Ordinals-Plattform erstellen und abwickeln. Die Token werden auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert und mithilfe von Ordinals und Inscriptions, wir sprechen gleich nochmal im Detail darüber, was es damit auf sich hat, erstellt. Um Tokenkontrakte einzusetzen, Token zu prägen und zu übertragen, verwenden Programmierer Ordinals Inscriptions von JSON-Daten. Ach, jetzt wird es sehr kompliziert und sehr technisch, aber wichtig für euch vielleicht zu verstehen, es ist damit möglich, eben NFTs zu erstellen. Das Ganze funktioniert allerdings nicht so wie bei Ethereum mit Smart Contracts, sondern Bitcoin besteht ja im Prinzip aus einzelnen Satoshis. Ihr könnt zum Beispiel mal hier oben klicken bei CoinMarketCap und dann Satz auswählen, also Satoshi, und dann sehen wir, wie viele Satoshi ein Ether-Wert ist und wie viele Satoshi ein XRP-Wert ist und so weiter. Und dementsprechend jeder Satoshi, also das ist quasi die kleinste Einheit von Bitcoin, an jeden dieser Satoshis kann so eine Ordinalzahl geknüpft werden. So netter funktioniert das Ganze, also man kann quasi diesen Satoshi mit Informationen bespielen und dann kann man daraufhin dann eben auf dieser Basis etwas erstellen, ohne Smart Contracts dafür einzusetzen. Die Problematik, die wir dann noch haben, ist, dass eben dieser Standard nicht wirklich was mit Smart Contracts und dem Standard, den Ethereum hat, also der ERC20-Standard zu tun hat. Dementsprechend sind die auch nicht kompatibel und das macht natürlich ja diesen ganzen Standard doch sehr bedingt stark, denn wir haben keine Möglichkeit, das mit anderen Netzwerken zu verbinden und dementsprechend bleibt es eben immer innerhalb dieses Bitcoin-Ökosystems und damit haben wir also jetzt nicht so die große Interoperabilität. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass es so durchaus interessant werden kann und ich scheine nicht der Erste zu sein mit dieser ganzen Idee, denn es gibt mittlerweile schon über 14.000 solcher BRC20-Token und die meisten von denen sind an Meme-Coins angelegt und naja, wenn wir mal ehrlich sind, Sinter ist natürlich jetzt nicht die Weltveränderer, aber trotzdem sehr interessant, denn auch hier ist mittlerweile schon einiges an Market Cap drin, insbesondere bei Audi, bei dem Anführer des Ganzen. Ich glaube, das war auch der erste BRC20-Token, der erstellt wurde. Hier ist nochmal witzig, dass er die gleiche Parallele hat mit 21 Millionen Stück, also ein sehr geringes Supply und dementsprechend sich so ganz leicht an Bitcoin orientiert hat, denke ich mal. Sind die jetzt wirklich von Nutzen für das Bitcoin-Ökosystem? Ich glaube nicht unbedingt, ich glaube es ist interessant auf jeden Fall und es wird sicherlich, wie bei so vielen Dingen im Cryptospace, durchaus Hype geben, aber Bitcoin kann weiterhin ohne Audi und auch ohne die ganzen anderen Token bestehen. Trotzdem ist es auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, Bitcoin mal ganz anders einzusetzen. Das ist ja erst der Anfang und die allermeisten dieser Ordinal sind eben auf Textbasis. Es wird aber sicherlich auch bald Bilder geben, vielleicht auch eines Tages Audiodateien oder ähnliches und dementsprechend kann ich mir das schon als sehr, sehr interessant vorstellen für die Zukunft. Ich habe auch mit dem Blog-Trainer, mit Roman mal gesprochen und Roman sieht das Ganze ähnlich. Auf der einen Seite durchaus interessant, weil Bitcoin jetzt eben einen weiteren Use-Case hat damit, auf der anderen Seite natürlich immer wieder sehr, sehr viel Mediales. Ob das nun wirklich nachhaltig gut ist für Bitcoin an sich, wird sich zeigen. Er hat hier auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Artikel auch nochmal zusammengeschrieben und den wollte ich ganz gerne mal mit euch teilen, zumindest einen Teil davon, denn hier wird auch nochmal ganz vereinfacht erklärt und da seht ihr mal, wie leicht es eigentlich ist, einen solchen Token aufzusetzen, also einen eigenen Token zu erstellen. Fand ich nochmal sehr interessant. Also, tatsächlich sind BRC20-Token auf technischer Ebene viel einfacher, als man zunächst annehmen würde. Genau genommen gibt es drei Funktionen, die man mit einer Text-Inscription, da kommt wieder dieser Begriff her, dieses Inscription, ausführen kann. Das Erstellen eines neuen BRC20-Token mit der Deploy-Funktion, die Ausschüttung des neuen Token mit der MINT-Funktion und das Versenden von Token mit der Transfer-Funktion. Wirklich ausgeführt wird dabei natürlich eigentlich nichts. Es handelt sich wirklich nur um rohen, langweiligen Text, der direkt auf der Bitcoin-Blockchain steht. Wollen wir ein BRC20-Token mit dem Beispielnamen BERT erstellen, müssen wir dafür lediglich eine Inscription mit folgendem Text veröffentlichen. Und hier seht ihr mal, aus so wenig Zahlen besteht das Ganze. Also, neben der Funktion, die wir verwenden möchten, also hier Deploy und dem Namen BERT, geben wir außerdem die maximale Anzahl an der Token, die erlaubt sein soll. Also, in diesem Fall haben wir hier, wenn ich das richtig sehe, 21 Millionen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hier, 21 Millionen. Noch gehören unsere frisch erstellten BRT-Token niemandem. Dafür muss nämlich erst die MINT-Funktion bemüht werden. Wieder veröffentlichen wir einen simplen Text-Inskription. Und da seht ihr mal, so wird das Ganze dann gemintet. Also, hier war noch Deploy, da wird es aufgesetzt, hier wird es jetzt gemintet. Und auch hier wird einfach nur die Funktion, also MINT angegeben, zusammen mit dem Namen des Tokens, sowie der Anzahl, die ausgeschüttet werden soll. An dieser Stelle kommt das Grundprinzip des Ordinalprotokolls zum Einsatz, also die Nummerierung aller existierenden Satoshis. Mit einer Inscription, Verknüpfung oder wörtlich inskribieren, wir daten nämlich auf einen bestimmten Satoshi. Da kommt wieder das, was ich euch vorhin erzählt habe. Also, die kleinste Einheit von Bitcoin wird quasi bespielt, ja, verknüpft mit einer Ordinalzahl. Und wenn dir dieser Satoshi gehört, dann hast du eben Besitzanspruch, ja. Also, gehört dir dieser Satoshi, dann besitzen wir nun die gerade ausgeschütteten BERT-Token. Die MINT-Funktion kann ja zu oft verwendet werden, bis das bei der Erstellung definierte Maximum erreicht wurde. Und so werden die Dinger dann gemintet und verteilt werden sie dann eben durch Transfer, also durch das Versenden davon. Das ist also erstmal so ganz grob das, was ich euch zu BRC20 erzählen kann. Ich werde mit Sicherheit noch einiges an Wissen aufsaugen in Zukunft und werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Solltet ihr noch irgendwelche Ergänzungen haben oder Fragen dazu, dann schreibt sie mir hier sehr gerne in die Kommentare, da werde ich mich bemühen, so schnell wie möglich zu antworten. Oder was dazu zu lernen, wenn du was ergänzen kannst. Ripple expandiert in Nahen Osten, vertieft sein Engagement mit einem neuen Büro und veranstaltet die jährliche globale Konferenz, The Swell, in Dubai. Ja, da sind wir jetzt vom Ripple-Update. Aufgrund des starken Wachstums im Nahen Osten erweitert Ripple nun eben in Dubai und eröffnet dort ein neues Büro und zwar im International Financial Center, kurz DIFC. Und es soll auch dieses Jahr das Swell-Event vom 8. bis 9. November in Dubai stattfinden, von daher passt das ganz gut. Zusätzlich sind 90% der Kunden von Ripple nicht in Amerika, das wussten wir ja bereits. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass über die Hälfte des Mehrzahlungsvolumens von Ripple aus grenzüberschreitenden Zahlungen in den Vereinigten Emiraten, Bahrain und Saudi-Arabien nach Indien stattfinden. Das war zum Beispiel neu für mich, sehr interessant. Und rund 20% aller Ripple-Net-Kunden wie SABB, Katar National Bank, Lulu Financial Holdings und so weiter sind hier ansässig. Also man sieht, dass Ripple sich wirklich jetzt direkt dorthin begibt, wo sie sehr beliebt sind, wo sie scheinbar gern gesehen sind. Und das Ganze bestätigt auch nochmal Brad, wir haben Dubai sowohl als Schlüsselbüro für Ripple als auch als Standort für Swell Global in der Stadt ausgewählt, was zum großen Teil auf das zukunftsorientierte regulatorische Umfeld zurückzuführen ist. Also wir sehen, die scheint der Ripple mit offenen Armen zu empfangen. Die Regulierungsbehörden hier haben sich der Herausforderung gestellt, einen Rahmen zu schaffen, der es der lokalen Kryptoindustrie ermöglicht, zu gedeihen. Also wieder kleine Stichelei gegen Gary und sein Team. So einen auf andere Länder, die machen das hier sehr vernünftig und man hat richtig Lust, hierher zu kommen, nicht wie in den USA. Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftsarztum zu steigern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Teilnehmer verantwortungsbewusst handeln. Das sagte Brad Garninghouse. Ja, sehr, sehr spannend. Und passend dazu gab es noch eine Neuigkeit von Brad und zwar hat er in diesem gleichen Interview auch rausgehauen, dass er bereits jetzt schon 200 Millionen Dollar ausgeben musste im Kampf gegen die SEC. Und daran sehen wir mal, wieso so kleine Buden häufig gar keine Chance haben gegen größere. Denn wir sehen, wie teuer so ein Gerichtsprozess sein kann. Und natürlich, wenn sie am Ende gewinnen, werden sie sicherlich den Großteil dieser ganzen Kosten irgendwie erstattet bekommen. Das weiß man dabei während eines Prozesses natürlich nicht. Und die Finanzkraft, die Stärke muss man erst einmal haben. Von daher könnt ihr euch ja vorstellen, dass auch Ripple oder Ripple Labs sehr daran gelegen ist, dass das Ganze endlich ein Ende findet. Denn das ist schon ziemlich krass mit 200 Millionen Dollar, die bereits im Kampf gegen die SEC ausgegeben wurden. Und last but not least, mal wieder ein Datum. Ja, wir glauben ja alle schon nicht mehr dran. Von daher kommt das vielleicht ganz realistisch rüber. Und zwar erst im Sommer 2024. Hier Mr. Huber haut raus. Just hearing rumors that Torres will release the ruling after her. Also gerade rausgehört, dass es Gerüchte gibt, dass Torres erst nach ihrem Sommerurlaub und dann nach ihren Sommerferien 2024 und zwei geheimen Treffen mit Ripple und der SEC das Ganze entscheiden wird. Ich glaube, das hier ist eher witzig gemeint. Denn mittlerweile gibt es so viele Gerüchte. Und so viele Gerüchte, die eben nicht eintreten, haben wir auf diesem Kanal ja auch schon zahlreiche gehabt, wo wir uns drauf gefreut haben, hingefiebert haben. Und am Ende kam gar nichts da rum. Selbst von gestandenen Anwälten, wie zum Beispiel vielen oder auch unserem Lieblingsanwalt John E. Deaton beziehungsweise Jeremy Hogan. Die beiden haben auch schon häufiger gesagt, dass es dann und dann ein Ende geben muss. Naja, ihr seht, ein endlos langer Kaugummi. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich werde es aber mit euch gemeinsam erleben. Und ich freue mich auch schon darauf, das mit euch gemeinsam zu erleben. Und glaubt mir, irgendwann wird der Tag X kommen, an dem das Ganze entschieden wird. Vielleicht zu unseren Gunsten. Davon gehe ich heute auf jeden Fall ganz stark aus. und dann wird es sicherlich ordentlich was nachzuholen geben. Darauf freue ich mich. Falls ihr bis dahin dranbleiben wollt, dann abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, falls ihr heute einen Mehrwert hattet. Ansonsten bin ich durch für heute. Wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Am Freitag gibt es die neue Crypto-Story oder mehrere Crypto-Stories in einem Video. Sehr, sehr interessant. Und ich versuche am Samstag den Zusammenschnitt aus dem letzten Stream, in dem ich mal über die Meme-Coins spreche und ihre Daseinsberechtigung. Ja, werde ich auch mal raushauen. Sonntag dann der Wochenreport. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Und bis bald. Ciao! Ciao! Ciao!